Wir sind unglaublich schlecht im Schwimmen und dachten, das verbessern wir jetzt mal. Ja, das war die Challenge des Jahres. Das Besondere hier ist einfach die Atmosphäre, perfekte Organisation, Streckenführung, Landschaft, heute hat das Wetter auch gepasst. Das Besondere war, dass es wirklich anstrengend war. Es war jetzt kein einfacher Kurs und es war einfach eine bombastische Stimmung. Es waren super viele Menschen mit auf dem Weg, überall, alles top organisiert und ich würde sofort wiederkommen nächstes Jahr. Also ich fand die Stimmung besonders und die ganzen Häfer, die so eine gute Laune hatten und alle getragen haben durch ihre Motivation. Das fand ich wunderschön. Und auch unter den Triathleten, alle waren so, sind an einem vorbeigerannt, waren so, hey, du machst das mega, es macht voll Spaß, voll gut und haben sich voll unterstützt gegenseitig. Das war mega schön. Finde ich super familiäre, gute Stimmung, gefällt mir immer wieder. Einfach ein Triathlon mit Herz. War richtig lässig, die Landschaft gut, Strecken gut, also top organisiertes Rennen. War total schön, die Gegend total schön, die Leute total freundlich und auch noch geschafft. Der Zielerlauf war einfach nur Gänsehaut und echt gut. Wir werden sicher nächstes Jahr wiederkommen, sofern es sich zeitlich ausgeht. Wir müssen ja quasi das Podium verteidigen. Hoffentlich auch, tschau, tschau. Seid ich nächstes Jahr wieder dabei? Auf jeden Fall. Deal. 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 Deal.